Moin Moin Hier ist wieder euer Robin für euch Es ist der 08.06.09.02, ein Samstag Herrlichstes Wetter in Köln Trotzdem nehme ich jetzt noch eine Folge Bloons TD Battle 2 auf Vorher möchte ich aber auf einen Kommentar eingehen Ich hatte gestern einen Livestream, den habe ich auch noch nicht freigeschaltet weil er noch nicht komplett verarbeitet ist Noch nicht in HD Ja Wir gehen jetzt mal in die Kommentare rein Ich hatte nämlich gestern Ähm Den Raptor Zocker Im Stream Ja der Kommentar war noch nicht freigegeben, deswegen habe ich ihn nicht gesehen Ja Ich lasse das jetzt mal so 10 Sekunden Ihr könnt ja das Video anhalten Raptor Zocker Deswegen mache ich das jetzt heute Morgen einmal kurz zum Test Dann gibt es heute nämlich zwei Folgen Bloons TD Battle Versteht ihr? So Ja Das ist übrigens unter Discord Oder mein Discord So und dann schmeißen wir uns mal rein Weil ich möchte nämlich jetzt gerne den Tipp Ja nehmen Deswegen nicht als Livestream So als Test ob ich gelernt habe aus dem Kommentar So So Die Folge wird dann wieder 30 Minuten lang Und dann Mal schauen So So Ich habe nämlich jetzt ein bisschen gelernt Mal schauen ob es gut wird Ja Ich habe noch natürlich keine Abzeichen oder so Aber trotzdem bin ich immer sehr weit gekommen Ja Ich habe noch nichts So Ich habe noch nicht Ich werde jetzt mehr auf den Scharfschützen gehen. Bei mir hat man gesagt die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir? Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. Die Armbrust ist auch hier gut für diese Kugeln. So, ich gehe jetzt hier sofort weiter ab. So, ich gehe jetzt mal kurz. So, ich gehe jetzt mal kurz. So, ich gehe jetzt mal kurz. So, come on! So, ich gehe jetzt mal kurz. 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 So, jetzt habe ich eigentlich hier oben den voll, den voll, der voll. Sehr schön. Läuft. Platz 5 ist doch gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, nach dem Tipp von dem Kollegen läuft ist alles besser. Boah, ich bin diesmal recht, aber ist okay. So, ich weiß auf jeden Fall. So, ich weiß auf jeden Fall. Wir haben ein Mission. So, ich gehe jetzt hier erstmal wieder auf Armbrust. Ist ja klar. Komm, schick mal schon mal ein paar grüne rüber. So. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte, ich bin nicht so. Was ist das? Speed. FIREBOMB! FIREBOMB! Jetzt ist die Frage, mache ich hier erst die unser Upgrade? Oder mache ich erst hier? Ich glaube, ich kann mich mal so ein bisschen... Hier einmal flanken. Einmal so. 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 Das nächste wäre 3002. Yes? What's up? Was? Weil ich denke mal... Das läuft schon. Speed. So. Jetzt kann ich diese eine Krone... So. Yes? What's up? So, das ist der nächste. So. 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 Ich habe da dem nur Erken gepresented. Läuft auf! Schöne, sie sind schon alle abgegradet. Ja, jetzt sind sie nämlich alle schon abgegradet. Läuft auf! Läuft auf! Läuft auf! Läuft auf! Läuft auf! Läuft auf! Ich mach erst den unteren! Läuft auf! Läuft auf! Incoming! Oh, ich werde hier mal so eine kleine Altairie hier setzen. Ja, ist okay. Ja, er hat auf jeden Fall schon ein bisschen was verloren. Ohh. If I.. Ja! Firebomb! Moab! Gah! Heh. Let's see. Sehr schön! Piece of cake! Ah. Für 20 plus, für Beförderung erforderlich. Joa. Das würde ich fast behaupten, die 30 Minuten sind um. Ciao mit Frau Robin! Tschüss!